Hallo liebe Freunde von nicht lichtverschmutzten Nachthimmeln und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. In der letzten Folge haben wir viel erlebt, auch wenn sich das gar nicht so anfühlt gerade, zumindest für mich nicht. Aber wir haben Timmy gesucht und letztlich auch gefunden, einen der Banditen von der Neuhofbande, zu dem Stinker uns geschickt hat. Wir haben Merhojet entdeckt, den kleinen Ort da drüben hinter dem Baum und sehr viel mehr ist es tatsächlich nicht. Es ist ein sehr überschaubarer Ort, der auch wahrscheinlich, abgesehen von einem Pferdehändler, nicht besonders viel zu bieten hat. Also wir sind einmal durchgeritten und haben wahrscheinlich auch ziemlich alles gesehen, was es da zu sehen gibt. Ja, wie gesagt, ein überschaubares kleines Örtchen. Wir haben außerdem einen ziemlich coolen Waldgarten entdeckt, in dem Minze und vor allem Tollkirsche gewachsen ist. Dort haben wir einen etwas anhänglichen Banditen als Hilfsgärtner zurückgelassen. Und wir haben wahrscheinlich auch großes Unheil über den Fleischer von Ratai gebracht, muss ich leider sagen. Und vermutlich auch über uns, wenn die Kollegen feststellen, dass wir sie verarscht haben und auf eine falsche Fährte gelockt haben. Denn das waren die anderen Banditen, die rivalisierenden Banditen. Ich habe diese ganzen Zusammenhänge noch nicht ganz verstanden. Es müssen ja irgendwie zwei verschiedene Banditenbanden gewesen sein, die da auf Neuhof eingefallen sind. Und Wicht und seine Leute machen jetzt eben die Banditen der anderen Bande kalt. Also eben Stinker und den hinkenden Heinz. Und sie suchen jetzt eben auch nach Timmy, der sich da hinten auf dem Hof versteckt hat, von dem ich gerade komme. Da haben wir ihn gefunden und er hat uns eine Wegbeschreibung mehr oder weniger gegeben zu dem Hauptbanditenlager quasi. Zu dem Lager dieser großen Banditenbande, zu der eben auch Wicht zu gehören scheint. Ja und jetzt kommen wir hier... Ah, Truppenlager bei Merhojet. Genau, hier kommen wir jetzt an. Und hier muss sich Herr Ratzig befinden. Der ist auch die Markierung da oben im Radar. Und mit ihm sollen wir über die neuesten Entwicklungen sprechen. Und über dieses Banditenlager eben. Ja und ich bin sehr gespannt darauf. Ich fürchte nur leider, dass er mal wieder schläft jetzt. Denn es ist natürlich mal wieder nachts jetzt. Ist ja immer... Ach guck mal, hier ist er das nicht? Doch, da ist er doch. Ich glaube nicht, dass ich hier einfach in das Zelt reinlatschen und meinen Herrn wecken sollte. Wir gehen hier einfach mal kurz weiter und schauen uns noch ein bisschen um. Aber ich denke, sehr viel mehr als das, was wir jetzt hier auch schon wieder gesehen haben, wird das hier auch nicht zu bieten haben, das Lager. Das haben wir hier. Oh, ein Schleifstein ist hier noch. Dann kann ich meine Sachen wieder schleifen. Seid ihr einfach nur irgendwie... Ja, Pferde. Kein bestimmtes Pferd. Hätte ja sein können, dass irgendwo steht Pferd von Herrn Ratzig oder so. Ne, das sind einfach nur anonyme Pferde. So, na guck mal, der hat sich gerade spontan umgezogen hier. Wachdienst ist beendet. Jetzt kann er schlafen gehen oder was? Ja, macht er tatsächlich. Wer bist du? Einfach ein Soldat. Oh, ein Meisterbogenschütze. Schauen wir uns mal um, wer hier so die schlafenden Leute sind. Ein Wächter. Was haben wir hier noch? Hier liegt noch jemand. Auch ein Wächter. Ja, das wird wahrscheinlich die überwiegende Mehrheit hier sein. Wächter, Soldaten, irgendwie sowas. Kampfplatz. Ach, guck mal, den haben wir... Oh, da vorne sehe ich schon hier Zielscheiben. Vielleicht können wir uns hier auch irgendwie verbessern nochmal. Am Kampfplatz. Hier liegt auch jemand. Noch ein Wächter. Huch, über einen bin ich gerade drüber gelatscht. Also, einen Kampfplatz hat es hier. Einen Schießstand hat es. Eventuell können wir uns hier mit irgendwelchen Leuten noch ein bisschen verbessern. Bestimmt gibt es hier den einen oder anderen, der Übungen anbietet. Fände ich auf jeden Fall gut. Wobei ich das bisher noch nie gemacht habe. Ich bin ja ein großer Fan, muss ich sagen, von dem Prinzip generell, von dem Learning by Doing. Also, dass wir unsere Fähigkeiten dadurch verbessern, dass wir sie anwenden. Und dass eben zu Anfang alles noch nicht so ganz gelingt. Und dass das dann aber nach und nach besser wird. Da war ich schon immer ein sehr großer Fan von. Das ist ein Prinzip, das mir sehr gut gefällt. Dass man eben nicht irgendwie... Ich weiß nicht, man rennt durch die Gegend, verbessert seine Akrobatik oder seine Ausdauer. Und dann bekommt man halt irgendwelche Punkte und kann plötzlich mit diesen Punkten dann seinen Bogenschießen verbessern. Wobei man noch nie einen Bogen in der Hand gehabt hat oder so. Das ist ja eigentlich ein sehr häufiges System. Aber es macht eigentlich keinen Sinn. Und ich finde das immer so ein bisschen schade. Ich finde das sehr gut, wenn man irgendwie seine Fähigkeiten dadurch verbessert, dass man sie anwendet. Auf der anderen Seite hat man dann so Probleme, wie ich jetzt habe mit dem Schlösserknacken. Denn das ist bei mir jetzt natürlich das Problem, dass ich keine Möglichkeit habe oder nur wenig Möglichkeiten habe, hier das Schlösserknacken auf legalem Wege zu lernen. Denn das liegt in der Natur der Sache, dass das eher illegal abläuft. Und so komme ich aber dummerweise eben auch nicht an die Truhen dran, die ich knacken dürfte. Ist vielleicht falsch gesagt. Aber sowas wie halt in irgendwelchen Kumanenlagern oder so, wo es dann niemanden stört, wenn ich die Beute einsacke. Und ja, aber da komme ich dann auch nicht dran. Oder an die Schatzkisten, die wir noch finden können, komme ich halt nicht dran, weil ich das Schlösserknacken nicht lernen kann. Das ist natürlich so ein bisschen blöd. Das wäre so eine Gelegenheit, wo ich vielleicht mal einen Meister aufsuchen würde, der mir das beibringt. Aber ich fürchte, dafür muss ich erst Pesheks Aufgabe erledigen und das will ich auch wiederum nicht. So, ich habe mich entschieden, dass wir Herrn Ratzig jetzt einfach mal wecken. Wir sind so dreist. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Oh, ich war gerade so in der Gegend. Wegen des Banditenlagers. Wegen des Banditenlagers. Er hat überhaupt keine Ahnung, wovon wir sprechen wahrscheinlich. Ich war in U-Schütze. Der Pfarrer dort ist eigenartig. Ja, das könnte man so sagen. Es gibt Neuigkeiten über die Untersuchung. Fangen wir doch damit mal an. Ich habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut, sprich. So, der Bandit in U-Schütze wurde getötet. Ich begab mich nach U-Schütze, da Heinz dort leben soll. Doch jemand hat ihn ermordet. Offenbar versuchen sie, ihre Spuren zu verwischen und zeugenlos zu werden. Sieht ganz danach aus. Das wird immer verdächtiger. Gibt es weitere Hinweise? Ich habe Informationen über einen von Heinz' Spießgesellen erhalten. Er wird Stinker genannt und kommt aus Ledetschko. Du machst das gut, aber du musst dich vorsehen. Konntest du diesen Stinker aufspüren? Ja? Ich fürchte, ich habe schlechte Kunde, Herr. Hm. Damit habe ich bereits gerechnet. Sprich. Stinker versteckte sich in den Wäldern und seine ehemaligen Spießgesellen wollten ihn umbringen, da er, der hinkende Heinz und die anderen sie in Neuhof im Stich ließen. Offenbar wollten sie niemanden töten. Jedenfalls sagte Stinker, dass ein Bandit namens Wicht sie angeheuert hätte. Das ist der Kerl, der dein Schwert stahl. Diese mordenden Hurensöhne waren nicht auf Beute aus, sondern wollten bloß Blut vergießen. Und das Schlimmste ist, dass sie in der Gegend ein Lager haben und weitere Schandtaten aushäcken. Sackra. Sonst noch etwas? Sackra. Mehr konnte ich nicht herausfinden, Herr. Nun gut. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas Neues erfährst. Oh, okay, das war ja einfach. Aber schön, dass wir jetzt auch nochmal selber quasi eine Zusammenfassung bekommen haben. Das war sehr wertvoll, auch für mich. Und jetzt habe ich nämlich verstanden, endlich, was der Zusammenhang, oder was das Problem zwischen den Banditen war. Richtig, eigentlich wussten wir das auch, aber... Wenn ich immer so lange Pausen dazwischen mache, dann entfällt mir sowas auch immer, was mal gesagt wurde. Also, die Banditen haben gemeinsam angegriffen. Warum auch immer, das ist mir immer noch nicht so klar. Die wollten halt einfach Blut vergießen, aber... Keine Ahnung, wenn die ein Lager nördlich von Thallenberg haben, warum dann Neuhof angreifen? Es war ja mal die Vermutung, dass es um die Pferde da ging, die eben die Truppen versorgen oder so. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall wollten eben Stinker, Heinz und Timmy wohl dort niemanden umbringen und haben die restlichen Banditen im Stich gelassen. Sind also abgehauen, als es um Mord ging. Und das ist quasi das Problem zwischen den Banditen jetzt, warum die drei umgebracht werden sollten. Gut, dass ich das jetzt auch nochmal weiß. Warum sollte ich ihm von dem Pfarrer erzählen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man sich mittlerweile über uns beschwert hat, aber dann hätte Herr Ratzig das vielleicht auch gesagt. Wir hatten ja mal die Situation, als wir mit dem Pfarrer getrunken haben, dass wir uns dann mit den Leuten geprügelt haben. Und ich weiß nicht, ob das der Vogt war, der auf jeden Fall sagte, er würde sich über uns beschweren wollen, irgendwo eine Beschwerde hinschicken. Und ich glaube, der Pfarrer hat dann gesagt, er sei ja der Einzige, der schreiben könnte in dem Ort. Was ja auch nicht stimmt, denn wir sind ja dort beim Schreiber gewesen und haben lesen gelernt. Also rein theoretisch hätte der Vogt sich mit Hilfe des Schreibers über uns beschweren können. Ich weiß nicht, ob das hier eine Möglichkeit ist, dieses Thema anzusprechen, aber der Neugier halber versuchen wir es einfach mal. Mal sehen, was dabei rauskommt. Okay, das überrascht mich jetzt. Ich habe im ersten Moment noch gedacht, ja klar, als ob Herr Ratzig Kowila hier irgendwie was wüsste über den Pfarrer aus U-Schütze. Hier kennt sich ja eigentlich nicht jeder untereinander, aber erstaunlicherweise ist das doch recht häufig der Fall, dass die alle schon mal irgendwie voneinander gehört haben zumindest. Ich glaube, es war auch so, als wir nach Thallenberg gekommen sind, dass Herr Dibisch dann irgendwie sagte, oder ich weiß nicht mehr, ob er es war, aber irgendjemand sagte im Laufe der Geschichte mal, Ach ja, der Schmied aus Garlitz, ich habe von ihm gehört, ich kenne ihn. Also irgendwie Leute, von denen man eigentlich denkt, dass sie gar nicht so interessant wären, also dass die hohen Herren sich einen Dreck um sie scheren oder überhaupt nichts über sie wissen, weil das einfach irgendein Pfarrer in irgendeinem Dorf ist und irgendein Schmied in einem anderen Dorf. Aber irgendwie überraschenderweise wissen die dann doch schon immer einiges darüber. Ja, und er ist also der jüngste Sohn, der eben in die Klosterschule geschickt wurde. Ja klar, auch jüngste Söhne werden irgendwann mal alt. Es ist immer ein bisschen schwer, sich das vorzustellen, dass er der jüngste Sohn ist, weil er ja eigentlich auch schon ein fortgeschritteneres Alter hatte. Aber klar, auch jüngste Söhne werden mal älter. Ja, interessant. Und das klingt so, als könnten wir Herrn Hanusch auch noch nach Pater Godwin fragen und als sei das tatsächlich eine interessante Persönlichkeit der Gegend, der weitläufigeren Gegend in Böhmen. So, ja, wegen des Manditenlagers habe ich, glaube ich, jetzt nichts mehr zu sagen. Ich klicke es einfach mal an. Wegen dieses Lagers, Herr. Was gibt es, Junge? Das frage ich mich auch gerade. Ich weiß, wo es liegt. Achso, okay. Gut. Ich dachte, ich muss es vielleicht erst mal wirklich finden, aber offenbar wissen wir jetzt, wo es liegt. Einer der Banditen, der desertierte, berichtete mir, wo das Lager liegt. Er heißt Timmy. Ist ein Mordsbrocken, hat aber mehr Muskeln als Hirn. Das Lager ist in einem verlassenen Dorf in den Wäldern westlich von Thalmberg. Gute Arbeit. Hast du es dir angesehen? Weißt du, wie viele Männer dort sind? Viel weiß ich nicht, bloß wo sie sich verstecken. Wir müssen mehr erfahren. Könntest du versuchen, dort etwas in Erfahrung zu bringen, das uns bei unserem Hinterhalt nützt? Je mehr wir wissen, desto besser. Und wenn du sie sabotieren könntest, während du dort bist, wäre das vortrefflich. Aber geh kein unnötiges Risiko ein. Ich möchte dich nicht verlieren. Okay. Ich hatte schon die Vermutung. Als er sagte, hast du dich da umgesehen, wie viele Leute sind da, dachte ich mir schon, ey, ich weiß, was meine nächste Aufgabe ist. Und so sieht es aus. Wir müssen das Lager finden und uns da umsehen und am besten auch noch sabotieren. Das Ganze aber ohne aufzufallen und ohne zu sterben, obviously. Ähm, okay. Cool. Da bin ich mal gespannt. Äh. Ja, das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es jemanden gibt, der geeigneter ist. Aber natürlich versuchen wir es trotzdem. Natürlich, ja. Also, ich werde tun, was ich kann. Genau das wollte ich hören. Du bist unsere Augen und Ohren, Junge. Unser Erfolg hängt von dir ab. Wir sind blind und taub. In der Zwischenzeit sammle ich meine Männer. Ich werde so viel herausfinden, wie möglich. Gott sei mit dir. Okay, spüre das Banditenlager auf. Also, tatsächlich. Ja, natürlich. Äh, das Holzfällerlager liegt an der Straße, die von Thallenberg aus nach Norden führt. Okay. Sonst noch was, was ich wissen müsste? Wir gucken jetzt gleich mal auf die Karte. Also, wir müssen, ähm, ich mach die Karte direkt auf. So, wir müssen also das Lager finden. Mal ein bisschen rauszoomen. Ach, guck mal, das ist aber schon... Oder ist das erstmal... Ne, das ist erstmal das... Ah, genau. Das ist erstmal das Holzfällerlager. Also, wir folgen tatsächlich gerade der Wegbeschreibung offenbar von Timmy. Das heißt, das ist noch nicht das Lager, das wir suchen. Sondern, äh, quasi einer der ersten, ähm, ja, der erste, äh, der erste Orientierungspunkt von Timmy's Wegbeschreibung. So, aber die können wir offenbar nacheinander ablaufen. Ach, guck mal, das ist auch direkt der Weg nach Urschitze wieder. Und hier sind wir schon bei Thallenberg, wo es offenbar auch hier einen Hinweisgeber zumindest noch auf eine Quest gibt. Da könnten wir eigentlich auch auf dem Weg auf jeden Fall vorbeischauen. Also, wenn wir in die Richtung gehen sollten, dann würde ich auf jeden Fall auch nochmal bei Thallenberg vorbeischauen. Und es reizt mich natürlich auch so ein bisschen nochmal nach Skarlitz zu gehen. Aber da habe ich gerade keinen guten Grund für, glaube ich. Bis auf irgendwelche Schatzkarten, glaube ich, die in der Gegend auch waren. Aber ich weiß nicht, ob das ein Grund ist, der gut genug ist. Für mich persönlich reicht es. Aber dann darf ich mir wieder was anhören. Von daher, aber ich glaube, Thallenberg könnte ich guten Gewissens ansteuern. Schauen wir mal. So, also wir sollen auf jeden Fall das Lager finden. Das Lager, ja, Auskundschaften, ich weiß nicht, infiltrieren vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht können wir uns auch einschleichen und so tun, als wollten wir dazugehören und uns dann ein bisschen genauer umschauen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es anders funktioniert, das zu sabotieren. Außer wir schleichen uns nachts rein. Aber das klang ja jetzt wirklich nach einem großen Lager mit gegebenenfalls vielen Leuten. Und ich vermute mal, dass das nicht so einfach ist, da durchzuschleichen. Also wahrscheinlich müssen wir uns da wirklich irgendwie mehr oder weniger offiziell anmelden und reingehen und dann vielleicht wieder abhauen. Also vielleicht ist das so wie bei Thallenberg damals, dass wir dann aus dem Lager eher wieder abhauen müssen, dass das die Schwierigkeit daran ist. Na guck mal, da sehe ich auch schon, hier ist irgendwie ein Fragezeichen. Sieht man da, so sieht man es hinter den Wolken. Ja, so könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen, dass wir uns mehr oder weniger da melden, freiwillig als Bandit. Und uns das Ganze ein bisschen anschauen und dann aber abhauen müssen oder so. Und dann klang es so, als würde Herr Ratzig mit seinen Leuten dieses Lager angreifen wollen. Wahrscheinlich werden wir auch dabei sein, gehe ich jetzt mal von aus. Und das klingt schon so, als wäre das eine etwas größere Nummer. Also auf jeden Fall interessant. Ich bin auch mal gespannt, was das hier ist. Das war mir ja schon mal anfangs aufgefallen. Diese Zelte, die hier stehen, da muss auch irgendwie ein Lager sein. Und eigentlich könnten wir ja fast schon in die Richtung mal gehen. Das liegt ja auch grob in der Richtung, in die wir ohnehin müssen. Wobei natürlich hier der Weg sinnvoller wäre, um nach Thallenberg zu kommen. Aber ich würde ganz gerne diese Wolke wegschieben und mir vielleicht auch das hier mal anschauen. So, hier glaube ich haben wir gerade nicht mehr viel zu tun. Allein deshalb, weil es Nacht ist. Und die ganzen Leute dann eben nicht mit uns reden. Das werden wir uns später... Ja, danke. Das werden wir uns später wahrscheinlich nochmal anschauen hier. Und mal sehen, ob der ein oder andere uns vielleicht ausbilden kann. Oder wir irgendwas trainieren können oder so. Das wäre ja eigentlich auch ganz cool. Ja, aber jetzt machen wir uns auf jeden Fall mal auf den Weg. So grob in die Richtung. Und schauen uns noch ein bisschen um hier. Ich nehme mal diesen Weg hier. Das geht auf jeden Fall mehr in die Richtung. Ach, guck mal hier. Moment, jetzt muss ich... Wenn wir hier davor stehen, gucke ich nochmal gerade auf die Karte. Ist das eingezeichnet? Verdecke ich das gerade oder ist das nicht eingezeichnet? Weil das sieht von der Konstruktion her eigentlich ähnlich aus wie das hier. Halt so ein Heuhaufen mit vier längeren Stöcken außenrum. Aber der ist nicht eingezeichnet. Also ich habe die Hoffnung, dass das hier irgendwie ein Haus ist. Irgendwas Interessantes. Ich weiß halt nicht, warum das eingezeichnet ist und das hier nicht. Vielleicht ist das hier auch einfach nur eine kleinere Version. Aber das sieht von der Form her und so ja ähnlich aus wie das, was dort auf der Karte eingezeichnet ist. Vielleicht ist das ein Riesenheuhaufen. Die Mutter aller Heuhaufen. So, nochmal ein Blick in den wunderschönen Nachthimmel. Ohne Lichtverschmutzung durch irgendwelche großen Orte. Das sieht aber schon nach sehr dichten Wäldern aus hier. Und wahrscheinlich auch gefährlich. Ich gehe jetzt mal davon aus. Aber wir haben ja eben gespeichert. Also das Spiel hat automatisch gespeichert. Ich habe mich gar nicht gewaschen. Oh, hier komme ich wieder nicht durch. Ich habe mich weder gewaschen, noch habe ich meine Klamotten mal ein bisschen repariert, bevor ich mit Herrn Ratzig gesprochen habe. Ich werde auch immer nachlässiger, was das angeht. Ein bisschen dreist und unverschämt. Einfach so irgendwie nachts den Herrn zu wecken überhaupt erst mal. Und ihn so einfach zu überfallen. So, ich habe ein bisschen Angst, dass hier gleich irgendwas ist. Merhojeda, Merhojeda Wälder. Ich weiß nicht genau, wie man es jetzt aussprechen würde. Merhojett wird der Ort ausgesprochen. Also Merhojeda Wälder. Keine Ahnung. Der Wald halt. Der Wald neben dem Ort. So, interessant ist es nur, wenn wir was finden. Und gleichzeitig habe ich Angst, dass wir was finden. Lass mich hier mal durch. Komme ich hier hoch? Was ist das? So eine kleine Mini-Anhöhe. Äh, so, jetzt Richtung Markierung gehen wir mal. Also es wird auf jeden Fall irgendeine Art von Lager sein. Die Frage ist, was für eines. Aber wenn es mitten im Wald liegt, ich meine, es liegt auf einer Lichtung. Eigentlich, oh, Tiere. Wenn es mitten im Wald liegt, ist es meistens, Jagdgebiet Hirsche, ja. Äh, ist es meistens was Böses. Andererseits liegt das, wie gesagt, mitten auf einer Lichtung. Aber es sieht auch nicht aus wie ein Holzfällerlager oder irgendwas. So, ähm, ähm, ähm. Oh, ist das ein Pfad? Tatsächlich sowas ähnliches. Folgen wir dem einfach mal. Ich habe das Gefühl, gleich tot zu sein. Ich bin mir eigentlich sogar fast ziemlich sicher. Aber wir folgen mal dem Pfad. Ich traue mich nicht, eine Fackel anzumachen. Ich weiß, dass die Möglichkeit besteht. Und normalerweise würde man wahrscheinlich hier auch eine Fackel anmachen. Aber dann sieht uns halt jeder sofort. Ist jetzt nicht so, als würde ich hier großartig schleichen. Aber es muss man, äh, ich muss mich ja nicht direkt sehen lassen von ewig weit her schon. Wenn ich mich schon hören lasse. Dann können wir an dem Lager schon mal üben. Uns, ist das da vorne? Ja. Dann können wir hier schon mal üben, uns anzuschleichen und, äh, auszukundschaften. Oh, Tier. Das Tier, äh, erschreckt mich immer wieder, wenn es sich bewegt. Da ist doch schon jemand, oder? Ne, ich bilde mir das schon wieder ein, glaube ich. Ist das ein kaputtes Lager? War das? Ne, da liegt jemand. Da liegt auf jeden Fall jemand. Ich weiß nur nicht, was das hier für ein Lager ist. Das ist nämlich die Frage. Ich treibe jetzt mal den Hirsch da rein, damit der die Leute ablenkt. Sitzt da jemand? Da liegt auf jeden Fall jemand. Das ist klar. Aber sitzt hier vorne jemand? Hey, wer ist da? Ja, ja. Da sitzt niemand. Wer ist da? Niemand? Aber wenn ich jetzt wüsste, was das für welche sind. Sind das Banditen? Dann könnte ich den einfach direkt... Scheiß Wetter, scheiß Zelte, scheiß Lager. Ich hab genug von dieser Scheiße. Ja. Geil. Oh, jetzt steht er auf. Kommt er jetzt zu mir, oder geht er schlafen? Geh schlafen. Also es sind keine Kumanen. So weit bin ich schon mal. Und wahrscheinlich, wenn es ein Lager im Wald ist, sind es vermutlich Banditen. Hat er sich jetzt hingelegt, oder? Ne, wenn der Wache schiebt, hat er sich wahrscheinlich nur woanders hingesetzt, oder? Ne. Ich seh ihn nicht mehr. Es ist zu dunkel gerade da drüben. Hey. Keiner zum Ausrauben hier. Arsch langweilig. Klingt nach Banditen, würde ich sagen. Ich würde ja gerne den da drüben einfach direkt töten, während er schläft. Was ist hier los? Ja, das ist natürlich clever. Ich bin genau vor seinen Augen hier. Ja, geh mal weg. Damit ich deine Kollegen meucheln kann. Geht der wirklich weg? Krass. Ja, es sind Banditen. Aber warum hat das jetzt schon wieder nicht geklappt? Doch, hat es jetzt. Was hast du hier zu suchen? Nichts. Lebensmüde, was? Ja. Tatsächlich. Aber ich hab meinen Helm wieder nicht an. Jetzt kommt der da drüben auch noch dazu. Ich drehe dir den Hals um, du Hund. Und ich hab den erstmal nur so ein bisschen betäubt. Also, der ist noch nicht tot, der da lag. Uh, Stärke verbessert. Ich muss definitiv mit meinem Hauptmann nochmal trainieren. Ich bin so raus. Ich meine nicht, dass ich jemals besser drin gewesen wäre, aber... Und ich muss diese Kombos mal lernen. Also, wenn wir das nächste Mal in Ratai sind und uns mit Teresa treffen, dann werden wir auch definitiv mit dem Hauptmann nochmal eine Runde hier trainieren. Verschiedene Kampfarten. Ach, geh doch endlich tot hier. Gut, das vergesse ich immer, dass ich hier auch zustechen kann. Aufhören, hörst du? Ich gebe auf. Ähm. Ziehen lassen, unbewaffnet ziehen lassen. Ihn nur ziehen lassen, wenn er zahlt. Den Kampf fortsetzen. Hör auf zu flennen und kämpfe. Kurva. Kurva. So, kann ich ihn jetzt umhauen, bitte? Och, jetzt rennt er wieder. Warum? Ach, Herrgott. Das war nicht sehr heldenhaft, weiß ich. Jemanden im Schlaf zu töten, ist nicht sehr heldenhaft. Hier war doch noch einer. Der ist auch schon geflohen. So ein Mist. Ich habe nur einen von drei erwischt. Die anderen beiden konnten fliehen. Ich finde es halt ein bisschen doof, wenn der vor mir hockt und ich entschließe, ähm, mich ihn nicht ziehen zu lassen. Dass ich dann aber nicht sofort draufschlagen kann und ihn, äh, final töten kann. Das funktioniert halt nicht. Der hatte halt irgendwie, keine Ahnung, noch ein paar Sekunden Zeit, um aufzuspringen und wegzurennen. Und ich hatte jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, ihn im Dunkeln hier zu verfolgen. Ich nehme jetzt, äh, von ihm das Zeug. Warum hat er keine Ohren? Banditenohren? Was ist damit? Konnte ich die nicht auch einsammeln eigentlich? Offenbar kann ich nur Banditenohren aus ganz bestimmten, äh, Lagern nehmen. Wie es aussieht. So, was liegt hier? Eine Breitaxt. Au. Geh mal wieder schlafen. Hey, wer ist da? Wie geil, dass der zurückkommt. Ach, jetzt hat er sich umgezogen gerade. Der sah aus, als wollte er pennen. Fall halt um. Ah, wo ist er hin? Ach, jetzt haut der auch ab. Was sind denn das alles für Feiglinge? Jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Fackel? Da vorne ist er. Bei meinem Glück rennen wir gleich in ein anderes Lager rein. Okay, jetzt habe ich ihn. Ne, da ist er wieder. Äh. Kollege, wenn ich hinfalle und mir den Hals breche, deinetwegen, dann mache ich dich erst recht kalt. Ah. So, nicht sehr nett, aber habe ich jetzt gegen den Baum gehauen. Auch sehr sinnvoll. Halt! Halt! Meine Leiche! Also seine Leiche. Also die Leiche, die ich plündern will. Hallo? So, jetzt. Alte Stiefel, Axt, braune Gugel, Dolchfackel, Gedönse, Tierkelch, alles cool. Hasenfleisch, Ringelblumenaufguss. Ja, wir nehmen natürlich alles mit. Keine Frage. Der hat bestimmt auch eine Waffe gehabt, die jetzt irgendwo hier rumfliegt. Die werde ich natürlich auch nicht wiederfinden und ich bin schon wieder überlastet. Wir gehen mal zurück zum Lager. Die hatten doch da einen Topf und ein Feuerchen entsprechend. Ich hoffe, ich komme hier wieder hoch den Hügel. Das war zwischendurch schon hier. Ist ziemlich steil eigentlich. Wundert mich, dass wir da so ohne Probleme runtergerannt sind, ohne uns was zu brechen. Hallo, Häschen. So, dann könnte ich nämlich in dem Lager mal das rohe Fleisch kochen. Achso, warte. Ich mache mal die Fackel wieder aus. Vielleicht ist der andere ja auch zurückgekommen. Der Bandit, der eben geflohen ist, den ich eigentlich töten wollte. So, hier. Äh, Moment. Der Weg hier lang. Oh, jetzt muss ich ja erst wieder die Serpentinen runter. Na komm. Äh, so. Jetzt aber. Da ist das Lager. Schleichen wir uns nochmal an. Vielleicht ist der andere ja wieder da. Wenn er hier schon so blöd war und zurückgekommen ist. So, ich sehe leider nichts im Moment. Oder? Sitzt da einer? Nee, ich fürchte nicht. Der hat wohl endgültig das Weite gesucht. Achso, und das Feuer hier brannte gar nicht wirklich, oder? Gegenstand kochen. Ah, es scheint aber zu reichen, um das zu kochen hier. Ach, das Hasenfleisch muss auch noch, äh, roh sein. Ach, guck mal. Wir müssen Alex, äh, tatsächlich rohes Hasenfleisch bringen. Dadurch, dass ich das jetzt gekocht habe, äh, zählt das nicht für die Aufgabe. Das ist ja doof. Weil dann brauchen wir ja echt, äh, sehr schnell sehr viele Hasen und müssen die, äh, zu ihm bringen. Ist ja krass. Ähm, so, da ist der tote Bandit. Ich könnte mal aufstehen. Hatte ich irgendwas verbessert? Ich hatte zwischendurch was verbessert. Ich glaube aber nicht, dass das neue, oder? Vitalität? Ich guck mal rein. Gab's hier irgendwas Neues? Wenn du dich fünf Tage in Folge nicht überfrisst und auch nicht hungrig wirst, erhältst du einen Bonus von einem Punkt auf Vitalität und Agilität. Einen dauerhaften Bonus oder nur für die Zeit, bis ich mich das nächste Mal überfresse oder hungrig werde? Du spurtest 20% schneller, verbrauchst dabei aber 20% mehr Ausdauer. Äh, spurtest 20% langsamer, verbrauchst dabei aber 20% weniger Ausdauer. Tja, hm, ne. Das finde ich jetzt gerade schon mal nicht so doll. Was haben wir noch? Hier haben wir noch irgendwie... Ach guck mal, Lesen hatten wir noch. War da irgendwas Sinnvolles? Ganz gleich, wo du dich zum Lesen aufhältst, du bekommst immer einen Lernbonus. Die Lernstufe des Buchs, das du am meisten gelesen hast, gebildet zu sein, blaaa. Äh, da nehmen wir, glaube ich, das hier, oder? Du bekommst immer einen Lernbonus. Was war das andere? Wo bekommen wir den? Wenn du bequem sitzt, erhältst du einen doppelten Lesebonus. Komm, wir nehmen das hier. Lernbonus. Beim Lesen. Und, ja, Reiten ist die Sache mit dem... Äh, Typ Pferd. Trinkfestigkeit wollte ich auch nicht. Okay, und bei den Kampfsachen, oder was auch immer ich gerade eben verbessert habe, weiß ich gerade nicht mehr. Aber da ist wohl nichts Neues dazu gekommen. Okay. So, noch ein kleiner Blick auf die Karte. Ähm. Ach so, guck mal. Hier sieht das tatsächlich aus wie ein Kochtopf. Also es ist tatsächlich aufsteigender Rauch und weist auf ein Lager hin. Wir hatten ja mehrere solcher Stellen in den Wäldern. Hier drüben auch. Und das Lager, das wir uns neulich angeschaut haben. Wo war das? Wo bin ich? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Doch, hier. Ledetschko. Und dann war das hier vorne. Hier drüben. Das war sehr gefährlich. Das Lager. Ich finde übrigens immer, dass die Wildschwein-Jagdgebiete auf den ersten Blick nach Nashorn aussehen. Wenn ich das so auf der Karte sehe, denke ich auf den ersten Blick, das wäre so ein Nashorn-Schädel. Aber das ist der Hauer von dem Wildschwein. So, was mache ich jetzt noch? Wir könnten uns auf den Weg nach Thallenberg machen. Oder wir könnten uns das hier anschauen, das Lager. Wir versuchen uns dahin durchzuschlagen. Auch noch. Äh, diese Richtung. Jetzt bin ich natürlich schon wieder ein bisschen überlastet. Und ich weiß nicht, wie viel mein Pferd noch trägt. Aber spätestens in Thallenberg gibt es ja wieder eine Schenke. Und eine Truhe wahrscheinlich. Gehe ich querfeld ein? Ja. Ich versuche es zumindest. Also eine Schenke, eine Truhe, irgendwas wird es da geben. Und dann werde ich das Zeug auch wieder los. Ohne direkt nach Ratai zurück zu müssen. Aber wie gesagt, ich wollte auf jeden Fall mit unserem Hauptmann Bernhard noch ein bisschen Kampftraining machen. Mal in irgendeiner Folge auch. Und dann können wir uns nämlich auch mal die Kombos anschauen und die vielleicht lernen. Und solche Sachen. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll, sagen wir mal so. Äh, was war jetzt? Achso, ich dachte, es wäre irgendwas gewesen. Was ist das hier? Lager. Hier ist auch ein Lager. Sollte ich eventuell... 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 Speichern? Fragezeichen? Da ist auf jeden Fall jemand. Wir machen das mal. Besser ist das. Wir nehmen einen Retterschnaps. Wir haben ja jetzt Tollkirsche gefunden. Genau. Wir müssen auch nach... Ja, wir müssen nicht nach Ratai. Wir müssen aber zu einem Alchemie-Tisch. Und dann werden wir ausprobieren, äh... Retterschnaps zu machen. Ich meine, es war Tollkirsche, die uns da fehlte. Und die habe ich in dem coolen, äh... Waldgarten gefunden. Sehr, sehr cool. Und dann können wir hoffentlich unseren eigenen Retterschnaps machen. Das wäre auch sehr geil. Das müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. So, äh, speichern. Jawohl. Speichern mit die Retterschnaps. So, und dann... Huch, warum... Achso, ja, ich bin ein bisschen betrunken. Stimmt ja. Retterschnaps macht ja auch... Beschwipst ein bisschen. So, und dann schleichen wir uns hier an den Kollegen auch mal an. Bist du ein Wilderer vielleicht? Möglicherweise? Ah, hallo. Das kommt auf jeden Fall auf mich zu. Ah, ein Wildhüter. Okay. Toll. Was machst du da? Nichts. Ich jage. Genau. Das ist eine gute Idee, ihm das zu sagen. Warum fragst du? Kann man nicht mal im Wald spazieren, ohne belästigt zu werden? Ich frage, weil ich hier der Wildhüter bin und in diesem Wald nach Wilderern Ausschau halte. Nun, ich wildere ganz sicher nicht. Dann macht es dir wohl nichts aus, wenn ich einen Blick auf deine Dinge werfe. Äh, eigentlich schon. So prinzipiell würde ich sagen. Vergiss es. Natürlich nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dabei habe, aber ich habe das ja gerade gebraten. Ich weiß nicht, ob er das dann als gewildert ansieht, das Fleisch, das ich dabei habe. Ich sag mal natürlich... Also egal, wenn ich sage, vergiss es, wird er mich wahrscheinlich angreifen oder so. Also mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, bitte wirf einen Blick auf meine Dinge. Dann ist die Frage, was dann passiert. Natürlich nicht. Schau ruhig nach. Hm. In Ordnung. Nichts Verdächtiges hier. Du kannst gehen, guter Mann. Ha, vielen Dank. Schön. Den Retterschnaps hätte ich mir allerdings sparen können. Das war jetzt natürlich... Das konnte ich nicht sehen. Wenn es hell gewesen wäre, hätte ich das vielleicht schon besser erkennen können. Allerdings hätte ich ihn dann bei der Aufmachung des Lagers hier für einen Wilderer tatsächlich gehalten. Und nicht für einen Wildhüter. Interessanter Ort. Das sieht auch mehr nach Wilderer aus. Vielleicht... Mal gucken. Nehmen. Darf ich das nehmen? Da stand nehmen. Ähm. Tatsächlich könnte es ja auch sein, dass das hier ein Wildererlager ist. Und er das gerade untersucht als Wildhüter. Ja, er geht auch gerade weg. Da vorne. Ach, sieh an. Dann laufen die also tatsächlich in der Gegend rum. Wahrscheinlich in der Nähe von Jagdgebieten. Und man muss halt echt das Glück oder Pech haben, ihnen zu begegnen. Interessant. So, da vorne kommt das andere Lager. Machen wir die Fackel wieder aus. Und dann schauen wir uns das auch nochmal an. Jede Menge Lager in dieser Folge. Angefangen bei dem Militärlager, wo Herr Ratzig war. Dann das andere kleine Lager. Das Wildererlager hier. Und jetzt dieses hier noch. Mal sehen, was das hier kann. Wir sind mal wieder vorsichtig. So, was hat es hier? Wenn das Banditen sind, wundert es mich, dass der Wildhüter hier so einfach rumlatschen konnte. Wer seid ihr? Leise, vorsichtig. Wächter. Reden. Ach, guck mal. Dann scheint das aber... Huch. Dann scheint es kein Banditenlager zu sein. Schlafen könnte ich hier... Oh, was war das? Schlafen und speichern. Ach, guck mal. Hier darf ich schlafen? Erstmal die Waffe vielleicht wegpacken. Wäre ja eine gute Idee. Dann machen wir auch die Fackel nochmal an. Geben uns hier mehr oder weniger zu erkennen. Wer bist du? Wächter. Okay, irgendwelche Wächter, die hier schlafen. Noch ein Wächter. Ja, gut. Aber eine einzelne... Eine eigene Markierung gibt es dafür nicht hier, scheinbar. Für das Lager. Das ist zwar eingezeichnet auf der Karte. Ja, aber eine Markierung gibt es dafür scheinbar nicht. Das ist schade. Okay. Gut, ich würde mich eigentlich gerne noch bis Thallenberg durchschlagen. Zumindest bis hier vorne dann irgendwo in die Ortschaft rein. Wir könnten aber auch einfach reiten dafür. Ich setze da mal die Markierung wieder rüber. So, und dann muss hier doch irgendwo... Hier war doch gerade ein Weg eingezeichnet. Hinter mir. Irgendwo. Uh. Oh, das ist aber vom Gelände her... ...nicht so praktisch. Ich will dahin. Darunter. Wo ist hier der Weg? Der Weg ist das Ziel in diesem Fall. Ihn zu finden. Ja, oder hier geht's auch. So einig... Ah, hier. So einigermaßen. Sehr schön. Das ist der Weg. Oder der Pfad. Mehr oder weniger. Ist eigentlich eher... Ja, sehr schmal. So, dem folgen wir jetzt noch bis zu unserer Markierung. Und wenn wir da mehr oder weniger sicher stehen... Hier wurde ein Wagen gezogen. Ähm. 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 Die Neugier siegt. Aha. Unfallort. Tada. Ich wusste es. Gibt's hier irgendwas? Also, da wurde kein Wagen gezogen, sondern er ist scheinbar den Hügel runtergerollt. Ich bin ein 1A-Spurenleser. Da ist eine Kiste. Tatsächlich mal. Und die kann ich nicht öffnen. Na toll. Doch, kann ich wohl. Jetzt. Sehr schön. Oh, Grieben. Was gibt es Besseres als frisch gebratene Schweinegrieben? Vielleicht mit einem Krug Bier dazu. Ich kenne Griebenschmalz tatsächlich, wobei ich generell kein großer Fan von Schmalz bin. Also von diesen ganzen Schmalz-Sachen. Mag ich einfach nicht. Oder mochte ich zumindest früher nicht und habe ich sehr lange nicht mehr probiert. Ja, also Grieben haben wir hier. Dann haben wir Schnaps mal wieder. Und Trank des Baden. Und unbekannter Trank. Da weiß ich immer noch nicht, stimmt. Da weiß ich immer noch nicht, was es damit auf sich hat. Das muss ich noch rausfinden. Jetzt frage ich mich. Muss ich mal nachschauen. Ist das der gleiche unbekannte Trank? Oder ist das... Also stapeln die sich als unbekannter Trank? Wo habe ich das denn? Achso, unter Nahrung. Ja, unbekannter Trank 2. Haben die jetzt die gleiche Wirkung? Also ich frage mich noch, was es mit den unbekannten Tranken auf sich hat. Sind die generell unbekannt, sodass niemand weiß, was die können? Sind die unbekannt, weil ich noch keine ausreichende Stufe dafür habe? Also dass nur Heinrich nicht weiß, was der Trank kann? Also ich sag mal, wenn ich jetzt Alchemie verbessern würde, noch ein paar Punkte, würde sich dann dieser unbekannte Trank in einen bekannten Trank verwandeln. Dass ich dann sagen könnte, was der für einen Effekt hat. Sind das Tränke, die immer den gleichen Effekt haben? Haben die überhaupt einen Effekt? Oder ist es so, dass man, keine Ahnung, einen Trank, dass man halt den unbekannten Trank trinkt und der völlig zufällig irgendwelche Effekte hat? Und dann eben auch jeder unbekannte Trank eben einen anderen. Also wenn ich jetzt beide trinken würde, dass für beide irgendwie ein anderer Effekt ausgelost würde, das müsste man eigentlich mal irgendwie herausfinden. Oder wenn das vielleicht schon jemand weiß, gerne mal einen kleinen Hinweis darauf geben. Einerseits würde ich ganz gerne mal einen von diesen Tränken trinken und gucken, was passiert. Andererseits bin ich natürlich auch ein bisschen schissig mal wieder. Und wenn es tatsächlich so ist, dass ich nur deshalb nicht weiß, was für ein Trank das ist, weil ich noch nicht gut genug ausgebildet bin, dann würde ich wahrscheinlich einfach so lange warten, bis ich die entsprechende Stufe habe und dann eben weiß, was das für ein Trank ist. So, ein Bildstock. Ach komm, ich vergesse mal, diesen mal zu lesen auch. Und die Leute hier, William, Sakaran, Vaynefox und Uriakim. Ja, Uriakim. Wahrscheinlich spreche ich das sowieso total falsch aus. Ich vergesse mal, das mal zu lesen und die Leute zu würdigen. So, wir sind quasi bei Talmberg angekommen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir uns dann hier nochmal umsehen und auch mit den Leuten sprechen. Was haben wir hier für Pflanzen? Die kann ich wieder... Doch, kann ich. Moment, was war das? Ach, Disteln. Sind das Disteln? Ach, tatsächlich. Jetzt erkenne ich es auch. Na komm, nehmen wir eine Distel mit. Okay. So, also in der nächsten Folge werden wir hier, ähm, ja, uns in Talmberg bewegen. Und ich bin mal gespannt. Wir sind ja seit unserer Flucht nicht mehr hier gewesen. Wir sind von Talmberg geflohen. Äh, sind dann in Skarlitz ja von Wicht erwischt worden. Und nach unserer Rettung hat uns aber Teresa ja direkt mit nach Ratai genommen. Das heißt, wir haben hier mit Herrn Divish und seiner Frau vor allem gar nicht mehr gesprochen. Nach unserer Flucht. Und, äh, da bin ich mal gespannt, was die dazu sagen. Und wir müssen ja der guten Frau noch ihr Geld zurückgeben. Das haben wir uns ja nur geliehen. Das würde ich tatsächlich ganz gerne machen. Mit ihr möchte ich also auch noch sprechen. Ja, und wir sollten uns vielleicht, ähm, entschuldigen, dass wir trotz der freundlichen Aufnahme hier, trotz der Gastfreundschaft hier, äh, gegen, gegen alle Anweisungen geflohen sind. Ah, ein Sühnekreuz. Ja, kann ich nämlich meins direkt daneben stellen. Dafür, dass wir so unhöflich waren. Und hier einfach uns, äh, vom Acker gemacht haben. Ja, ich bin gespannt, was die Leute sagen werden. Und, äh, überhaupt, hier gab es, glaube ich, auch noch einen Questgeber. Und, ne, einen Hinweis. Genau, es gab einen Hinweis auf eine Quest. Den werden wir uns, äh, wahrscheinlich als erstes in der nächsten Folge ansehen. Also, ich bleib jetzt hier stehen. Wir gehen in der nächsten Folge zu dem, äh, Hinweisgeber. Ach, jetzt werden wir wieder durchsucht. Nein, find ich das gut? Nein, find ich nicht gut. Was hab ich dabei? Oh Gott, ich hab ein bisschen Angst. Bleib da stehen einfach. Ich bleib auch hier stehen. Kommt der? Ach, der geht wieder. Ach, gut. Ha, ich dachte, der will mich jetzt durchsuchen. Glück gehabt. Also, Hinweisgeber. Dann hab ich grad gesehen, wir hatten da auch noch ein Fragezeichen, äh, hier in der Umgebung nicht aufgedeckt. Das werden wir auch noch machen. Und dann geht's nach Thallenberg, also nach, wirklich, äh, in den Ort da oben rein, in die Burg. Und dann werden wir mit den Herrschaften da reden, uns entschuldigen, unser Geld, äh, zurückgeben und so weiter. Hoffe ich zumindest, dass das geht und nicht so endet wie mit dem Gerber und, äh, Adela in Ledetschko. Das sehen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage mal Tschüss, macht's gut und bis dann.